...beschreiten ihre Mutter als vorsichtige, als ängstliche Frauen. Sie hat also sehr zurückgezogen und offensichtlich nur im Familiengras verkehrt. Die Insetzer wurde sehr zurückgezogen, kaum Kontakt zu den Nachbarn, das heißt, bei der Befahnung von Nachbarn, konnte man auch sehr wenig über diese Frauen verhauen. Auch über unseren Verwandten, die keine Nachbarn. Die Kriegbrücke. Die Kriegbrücke.